Hallo da so liebe Leute und Willkommen zu Flash Time Yeah Und heute spielen wir den Ghost Simulator Einige Leute haben mir in die Kommentare geschrieben, ich soll das mal spielen So und dann hab ich mir gedacht Ne mach ich nicht Und dann hab ich mir das Spiel besorgt Und ich hab mir gedacht so Yo cool Habs kurz angezockt und hab mich einfach nur kaputt gelacht Leute Und ich hab's nicht verstanden was hier passieren soll Und jetzt müsst ihr Oder ich hab nicht verstanden was hier so passiert Keine Ahnung Ich hab irgendwie den Sinn hinter diesem Spiel nicht verstanden Und yeah Frontflip Und ihr sollt jetzt nicht irgendwie wieder in die Kommentare rumheulen Und sagen Ich weiß wie das Spiel geht Du bist voll doof Ich will mir das jetzt auch gerade zum ersten Mal So richtig angucken mit euch zusammen und sowas Und jetzt gehen wir mal an die Tankstelle rein Ich hab überhaupt keine Ahnung um was es hier überhaupt geht Okay Kopfstoßschild Ist ja schon mal ein guter Anfang Was ist das? Nett und Bäm Jo Einfach mal durch den ganzen Laden geboxt hier Malz Also mal ganz im Ernst Leute Das ist das Spiel ist einfach nur mega Mega seltsam Aber einfach richtig cool Mal gucken was gibt es hier noch so Hallo Einen schönen guten Tag Juhu Was kann ich hier mitmachen? Ja guck mich halt ich mit ein Sehr komisches Schaf Ziegel Dingens Fällt der einfach um? Spring über Zaun Okay Was machen die hier? What the f... Was zur Hölle ist hier los? Ouch Ah okay man kann hier Man kann hier gegen das Kämpfen hier Raus mit dir Bäm Yeah Und Runde 2 Runde 3 Woah yeah 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 Bin der Boss im Game Bin der Boss Oh mein Gott Juhu Wuhu Oh shit Leute Oh shit Was ist hier los? Ja wir kriegen ja die ganze Zeit Achievements Und Bäm Mit voller Kraft Tschüss Du bist wirklich knallhart Ja das stimmt Das muss ich wirklich zugeben Ich bin knallhart Bizeps aus Stein Glaub ich Eigentlich aus Watte Oder aus Marshmallows Hallo Kommt hier nochmal was wieder? Okay dann ich Irgendwie hat das Spiel gerade Todes die Frame Einbrüche Ich weiß nicht warum Sind wir irgendwie Größer geworden Oder stärker Oder so Kann das sein? Sieht das nur so aus Oder so Oder Was ist hier? Kann man da rein? Lol Lol was ist das? Ziegenschloss Yeah In die Fresse Was zur Hölle Ist das hier? Okay Sehr komisch Oh mein Gott War ich das? Hahaha Das sieht ja mal Voll cool aus Jetzt geht's los Ah hier gibt's ein Trampolin Das ist ja nice Boing Boing Yeah Boing Boing Oh yeah Nein in die Richtung In die Richtung Und Backflip Doppel der Backflip Triple Flippel Au Die Musik ist auch echt Hammergeil Ich stehe ja total auf coole Was? Hallo Ich stehe ja total so auf Äh Coole Spielmusik immer Das liebe ich total Wenn die Lieder so richtig So einen richtigen Orvum haben Und das Lied gehört auf jeden Fall dazu Ah guck mal hier oben ist irgendwie so Okay Eine Trophäe oder so aus 2 von 30 Was ist das? What the fuck? Okay Das war auf jeden Fall nicht sehr schlau Und jetzt springen wir hier runter Und dann Mit voller Kraft Und Jappadabadu Aua mein Rücken Hallo Da haben wir auch schon alles kaputt gemacht Lass mal in so ein Haus gehen Also ich würde mal schon gerne in so ein Haus gehen Also auf jeden Fall Auf jeden Fall müssen wir uns da mal rein In so ein Haus Kann man die Tür hier aufknacken Oder ist sie Natürlich nicht Das Haus ist zu Und die Leute fallen einfach nur so Durch die Gegend irgendwie Leute fallen gar nicht richtig hin Und der Jogger da Oh yeah Oh yeah Bei dir läuft Bam Eine Ziege unter den Legenden Macht ihr Macht ihr YouTube Videos oder was? Ja Genau Bam Wie einfach rumfliegen Hey was ist das für ein Was ist das für ein Spiel Ja das ist ein Goat Ja was machen hier so viele am PC Ich weiß nicht was das Was ich hab gar nichts gedrückt Ich muss jetzt hier raus Hilfe Polizei Lass mal ne Runde Fahrrad fahren Kann man Nein Nein Was war das? Ich muss das Fahrrad hier irgendwie rausbekommen Man kann endstaff mit nem Fahrrad fahren Nein Alter ist das fresh Jetzt müssen wir aber ein bisschen länger Ah ich hab Zeitlupe angemacht Cool das geht auch Ich wollte eigentlich eher drücken Das ist ja der Oberhammer Leute Und Und ausweichen Und weiter geht's Was ist da drin? Ach da ist auch wieder so eine komische Flasche drin Die der explodieren kann Bam 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 Explodieren Bam bam Wuhu Nein Krankes Spiel Jetzt LOL Wenn ihr nochmal einen zweiten Teil davon haben wollt Oder sowas Ähm Gebt mir einen Daumen nach oben Oder schreibt es mir in die Kommentare Oder sowas Weitere sonstige Spiele Die geflashtimed Wo Yo Die geflashtimed werden sollen Schreibt ihm auch mal bitte unten in die Kommentare Und sowas Und äh Ja das Spiel hat auf jeden Fall Mega krass viel Spaß gemacht Und ich hoffe wir sehen uns auch bei der Nächste Folge Bis dahin Ciao